AAAAAH! Ich hab einfach mal ein Ziehganswasser geboxt. Alter, da ist Prot-Potur und der sieht mich einfach mal nicht. Ich tötete ihn ja. Siehst du mich hinterher schwimmen? Ja. Komm her, du Lappen. Oh, der tötet mich. Ich komm am besten schnell zu dir, ja? Oh, Luca, du bist so auffällig da unten! Das ist so auffällig! Hey Leute und herzlich Willkommen zu einer Runde Hide & Seek Verstecken in Minecraft. Endlich mal wieder mit Facecam. Ich hab ja nicht gesagt, dass die Facecam für immer weg sein wird, sondern dass die eventuell manchmal mal wieder kommen wird. Also, hi! Zusammen mit... Was geht ab? Mit dem Hub und so einen Personen. Hallo, was geht ab? Wir spielen hier zusammen Hide & Seek. Ich bin vom Server geflogen. Nein, wirklich? Das macht auf jeden Fall Spaß, so. Ja, da würde ich sagen... Geh ich mal wieder drauf. Ja, dann sehen wir uns einfach in einer anderen Lobby wieder, ne? Ja, warte, wo denn? Wo soll ich denn jetzt mal... Soll ich wieder in 27 reingehen? Ne, das geht nicht. Dann bist du nur Zuschauer. Pass auf, dann gehen wir jetzt einfach in ein anderes rein. Ja, okay. Dann komm mal ein bisschen raus. Also, ihr seht schon, das funktioniert super hier. Läuft einfach mal. Ähm... Ah, da bist du. Hi. Wo ist denn hier was frei ist? Hier ist nichts mehr frei. Die sind alle ingame. Die hier liegen. Hier, 58. 58, okay. Ah, ich bin drin. Okay, gut. Hi. Was geht? Also, herzlich Willkommen zu Hide & Seek. Hier sehen wir auch schon die ganzen coolen neuen Blöcke, die in 1.6 hinzugefügt wurden. Richtig hübsch, wie die Lecken. Ich habe echt richtig Schnieke. Auf jeden Fall Töfte. Töfte, auf jeden Fall. Töfte, richtig Töfte ist das, ne? Ja. Kleiner Penner bist du. Nein, gut. Hide & Seek ist... Einer ist nachher der Typ, der suchen muss. Und die anderen müssen... sind Blöcke. Und ich bin ein Bücherregal, glaube ich. Bist du sicher? Ne, ich bin nicht Sucher. Ich bin ein verkackter Amboss. Okay, der Block unten rechts ist der Block, der man ist, ne? Äh, genau, genau. Muss ich mich einfach nur irgendwo hinstellen oder muss ich rechts weg machen? Nein, es geht da ein... Ähm... Du musst dich irgendwo hinstellen einfach nur. Du musst einfach nur hinstellen und warten, bis die Zeit abläuft. Okay. Ich gehe in das mieseste Versteck, was einfach keiner findet. Ich will... Hier sind Bücherregale, aber ich glaube, der findet mich hier, weil hier sind überall so Dingslöcke Es gibt so ein Loch da drin. Wenn du dich in einem Bücherregal so als Loch einstellst, dann geht das auch klar. Du wirst normalerweise nicht gefunden. Okay, ich bin jetzt ein... Wieso ist mein Bücherregal auf einmal verzaubert? Hm. Das heißt, dass du solide geworden bist. Das heißt, dass du jetzt so aussiehst, als würdest du zur Map gehören. Okay, gut. Weil ich bin jetzt ein Bücherregal und ich stehe hier einfach irgendwo in der Ecke neben so anderen Bücherregalen. Und der Sucher hat jetzt 282 Sekunden Zeit, um uns zu suchen. Richtig? Richtig. Und wir sind 22 Leute, die sich versteckt haben und zwei Leute suchen uns. Das heißt, ich bin ein Bücherregal, ich stehe irgendwo in der Ecke. Wenn der Typ mich gefunden hat, muss der Rechtseker auf mich drauf machen. Richtig? Ne, der haut dich mit dem Holzschwert und der Mann steht kaputt. Ja, der haut mich. Alles dasselbe, ne? Wer bist du eigentlich? Was bist du? Ich bin ein verkackter Kotblock. Ich bin ein Amboss und sitze hier im Wasser. Oho. Und das cool ist, dass man hier trinkt. Ich höre schon, dass unter mir einer ist. Ja, das hörst du mit so einem Klopfgeräusch. Der haut dann auf dir rum irgendwie. Gleich kriegst du auch ein Holzschwert. Dann können wir eigentlich gleich YOLO machen, direkt auf die Sucher draufgehen, die versuchen zusammenzukloppen. Wir können die Sucher töten, als Blöcke. Ja, wir kriegen da so ein Holzschwert gleich und dann, das haben wir auch schon oft gemacht, dass wir einfach alle auf die draufgegangen sind. Dann haben wir die einfach getötet. Die hiesligen Schweine. Dann hat man gewonnen. Nein. Aber das macht mehr Spaß, als hier rumzusitzen. Normalerweise ist das hier so ein Spielmodus. Du guckst nicht das Holzschwert bekommen. Normalerweise ist das hier so, du verstärkst dich, gehst AFK, irgendwie weiß ich, kacken, die einen runterholen oder so und dann kommst du wieder und hast die Punkte. Oder halt nicht und bist gewohnt worden. Ja, natürlich. Hier ist einfach noch ein anderer Block auf mir. Verschwinde. Zum Aufnehmen einfach komplett langweilig. Irgendwie, ja. Es sei denn, man ist einfach so wie Dehner und schreit die ganze Zeit rum. Dann ist das natürlich was anderes. Ja, macht alles irgendwie total theatralisch und sowas alles. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, wenn man da so ein bisschen Emotionen anbindet. Okay. Was ist denn jetzt, wenn ich mit dem Holzschwert jetzt auf die draufgehe und die töte? Äh, das funktioniert auf jeden Fall. Dann hast du entweder die Chance selber Sucher zu werden, wenn du hier wie dieser Crazy Burak 99 getötet wirst. Oder die spawnen neu und dann kannst du dich dann wieder verstecken. Aber das Miese ist gerade, vor mir steht einfach ein Underblock und blockt mich. Das heißt, ich komm aus meinem kacken Versteck nicht raus. Hä, wie? Du kommst ja nicht raus. Mann! Ja, vor mich hat sich einfach so ein anderer Holzblock, so ein Hastiger geklemmt und jetzt komm ich hier nicht raus. Was? Ich bin in so einem, ich bin in so einem, äh, Wasserloch gefangen, quasi. Tööööööö. Das ist einfach mal richtig abgefuckt. Du kannst ja jetzt so rumlaufen, aber ich häng jetzt hier unten fest. Ja ich will aber nicht rumlaufen, ich will ja nicht, ich will ja gewinnen. Gut, block, iss. Komm. Ich verrate jetzt einfach. Fuck. Ich hätt mich vielleicht nicht umändern sollen. Fuck, Scheiße, er läuft auf mich zu. Fuck, fuck, fuck. Er schlägt mich. Ach man, ich bin los. Aaaaah, wär ich mal nicht weggelaufen, ey. Ach so, ich bin selber Sucher jetzt. Das selber Sucher jetzt dauert es ein bisschen. Das macht ja Spaß. Ja toll, jetzt bin ich aber gefangen. Ich komme ja nicht raus. Ja, du kommst ja gleich raus. Oh, geil. Ich bin frei. Ich bin frei. Please wait. Ja, cool. Okay, gut. Und jetzt muss ich selber andere suchen. Genau, jetzt versuch ich mal zu finden. Ich bin so ein richtig hessliger. Ich gehe jetzt erstmal zu einem, von dem ich weiß, dass das einer ist. Das kann ich ja auch machen. Dann wäre ich zwar voll der Assi, aber... Ja, egal, wenn du das eben besiegt hast, ne? Ja, warte. Guck mal, wo du bist. Vielleicht gehe ich jetzt einfach auf dich drauf. Was ist, wenn einer eine Kiste ist? Kisten? Weiß ich gar nicht. Es kommt immer auf die Map an. Es gibt hier... Das wäre heftig, wenn einer eine Kiste ist. Man könnte diese öffnen. Boah, ja. Und dann sitzt man da... Nein, stell dir mal vor, du kannst in die Kiste reingehen als Block. Das wäre scheiße. Das wäre echt... Das wäre richtig heftig, ey. Was geht ab, Luca? Was geht ab, Luca? Was geht ab? Nein, du Ficker! Man kann doch einfach jeden Block so schlagen, oder? Ja, genau. Das Geräusch gibt es gar nicht mehr. Normalerweise kam da immer so ein Geräusch... Doch, schlag mal immer weiter auf den Boden. Da kommt so ein richtig ekelhaftes Geräusch. Hörst du das? Das ist richtig ekelhaft. Das soll die Leute daran hindern. Aber ich mein, YOLO, oder? Hältst dir einfach die Ohren zu und... Ah, ich hab einen Typen gefunden. Ja, mich eben. Der ist tot. You gained 20 Points for killing Raggyman 99. Tokens und Punkte... Also wenn man Sucher ist, ist das Spiel echt geil. Ja, als Verstecken ist es halt immer schwierig, ne? Das ist langweilig, aber... Es gibt verschiedene Maps auch noch dazu, also manche Maps sind echt schwer, aber... Was ist, wenn man sich bis zum Ende verstecken kann? Dann hat man gewonnen. Dann kriegt man mega viele Punkte dafür und das ist der König. Okay, cool. Also an sich, ja. Ich finde den Spielmodus nicht schlecht. Ich fände es halt cool, wenn man das mal wirklich nur... in der privaten Lobby spielen könnte, weißt du? Mhm, das wäre echt geil. Das, äh, so als die Wände oder so, was man machen kann, das wäre auf jeden Fall fett. Man, nicht so viel ganzheitliche Leute. Aber man kann echt jeder Block sein, also man könnte auch einfach so ein Zaun sein oder irgendwie sowas. Zaun, genau. Zaun gibt es hier, glaube ich. Holzblock, Amboss. Was gibt es noch? Ich meine, das war es schon. Cobblestone, glaube ich nicht, das wäre zu krass. Cobblestone wäre echt krass, ey. Das ist richtig miese. Im Wasser sind voll viele, äh, Blocks, ja, Blöcke. Müssen wir mal gucken. Ja, da schwimmen schon übelst viele durch, durchs Wasser. Ich sehe auch keinen. Wir hatten gerade die Auswahl zwischen One in the Chamber und Hide and Seek, deswegen mussten wir... Ja, One in the Chamber ist auf jeden Fall PvP, also Action, ganz klar. Ja, ich glaube, da werden wir gleich einfach auch nochmal eine Runde aufnehmen, wenn es Zeit bleibt, weil sonst nach dieser Runde mache ich einfach dann einen Cut hier mit diesem Spiel, weil ich glaube, noch eine Runde würde ich dann Menschen in einen neuen Part packen. Müsstet ihr dann einfach schreiben, ob ihr noch eine Runde Hide and Seek haben wollt, weil ich meine, das ist eigentlich ganz chillig, wenn man sich versteckt, dann kann man sogar irgendwas quatschen, das ist so ganz... Haben, vorbei. Das ist so cool. Haben wir jetzt gewonnen? Wir haben gewonnen. Die Hideers have won, all remain, the Hideers get 100, oh Mann, wir verloren. 150 Punkte. Ja, guck mal hier bei dieser AA-Nase hier, bei dem Villager, kannst du später auch noch Sachen kaufen. Das ist halt nur ein Kompass. Ja, wenn du da drauf gehst, hier 3000 Kompass, ach 3000 Kompass, 3000 Tokens. Wenn du die zusammen gespielt hast, kannst du dann dir fast neue Blöcke kaufen, um dich halt besser zu verstecken oder so ein Scheiß. Das ist halt auch ganz chillig. Ja, und das ist quasi Hide and Seek. Okay, lass mal nochmal eine Runde spielen einfach. Okay, wo powern wir jetzt rein? Hier, direkt wieder 58. Ja, hab ich auch gerade gesehen. Ah, muss irgendwie reinkommen. Ah, da. Oh, ja, leck mal. Ja, ja, oh. So ist lässig. Oh, ja. So, sieht man irgendwo eine Zeit, wenn das losgeht? Unten, die XP-Land. Thorn Square, haben wir das gerade schon gespielt? Ja, das ist die, die wir gerade schon hatten. Ne, warte? Doch, das ist die. Okay, ich bin ein Wooden Plank. Ich bin ein Holzblock, also so ein Holzstamm. Wo kann ich mich denn als Wooden Plank verstecken? Kann ich mich auch irgendwo an eine Decke setzen oder so? Ne, das geht leider nicht. Das wäre richtig fair. Das geht nicht. Ah, wäre echt geil. Ich hätte eigentlich direkt mal Bock, von Anfang an Seeker zu sein, irgendwie. Ja, genau. Ich könnte mich jetzt einfach hier in dieses Loch reinstellen und dann hier runterfallen. Hm. Ich weiß es nicht. Man könnte auch sich jetzt so gucken, wo die ganzen anderen Blöcke so hingehen. Was bist du denn? Bist du gerade in so einem Haus drinne? Ich bin so ein Wooden Plank, aber ich habe überhaupt keinen Plan, wo ich hin kann. Bist du bei so einem Haus mit einem Loch? Ne, ne? Was sind das denn für Vollidioten? Das sind so ein paar Cobblestones, die setzen sich einfach so auf die Treppe drauf. Es gibt echt Cobblestones hier? Ja. Ach krass. Ja, das ist teilweise echte Leute, verstecken sich dann einfach, machen wahrscheinlich die Augen vorm Computer zu und denken, man sieht sie nicht. So. Ne, komm, ich will, ich habe jetzt Bock, den Seeker ein bisschen abzufacken. Ich will ihn jetzt ein bisschen zusammenmöppen. Wo ist der Miese? Concrafter, wo? Da ist der, da. Wie? Da ist der Seeker, ich sehe den, ich hau den jetzt kaputt. Ach so, da ist Concrafter so. Ja, da steht über den Block drüber. Okay, warte, ich bin ein... Ah, ich habe ein... Pam, 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 pam. Ich habe ein richtig, richtig schlechtes Versteck, ey. Okay, bin direkt mal gefunden worden, aber egal. Ich habe ein richtig schlechtes Versteck. Dann finde ich dich jetzt. Ich finde dich auf jeden Fall. Ich weiß, was du bist, du bist ein Holzblock. Hm, Hilfe. Das war auf jeden Fall, Information zu viel. Oh, fuck. Oh, ich will nicht mehr warten. Ich bin viel zu hyperaktiv. Oh, fuck. Oh, komm mal, Tevi ist tot. Tevi, oh. Ja, das ist echt schade. Oh, man. Tevinnlpil. Tevinnlpil. Wo bist denn du? Oh, fuck. Ach du Scheiße. Ach du, fuck. Ist gar nicht gerade nie vorbeigelaufen. Ganz viele Namen sind bei mir. Echt? Das ist ein Schwert. Lava, wenn ich ja... Moment, dann bin ich ja, dann weiß ich ja... Als, äh... Seeker hat man aber ein Diamantschwert, oder? Ich hab gerade irgendjemand getötet. Ne, das war Landmann. Hat man ein Diamantschwert als Seeker? Ja, ja, genau. Hat man, ja. Ja, dann ist es ja voll schwer, als Haider einen Seeker zu töten, wenn man nur ein Holzschwert hat. Wenn alle draufgehen nicht, dann geht das klar. Ja, wenn alle draufgehen. Aber meistens hast du halt... Aber eine Gemeinschaft gibt es sehr selten. So ein Fuckface ist hier in der Lobby. Fuckface? Ja, so richtige Fuckfaces halt. Aber Leute, hier kann man sich... Das ist manchmal voll witzig. Ja, manche Leute sehen einfach so retarded aus, ohne Witz, wenn ich mir überlege, dass die im echten Leben auch so aussehen. Chris Tepka auf jeden Fall. Gerade war so ein Typ angezogen, wie so ein... Cube, Cube, äh, Cubing, Cube World, bla bla, oder wie das heißt. Dieses Spiel, ja, ja. Ja, ich das feiere ich mal. Ein Würfel, den man so drehen muss. Ja, ja. Das hab ich nicht hinbekommen. So krass. Ach, du meinst diese, ähm, diese Zauberwürfel. Ja, genau. Die man nicht schaffen kann, ja. Ach, 150 Sekunden. Ich find die auch nicht. Ich schlau, Alter. Denkst du denn? Sag, gib mir mal so einen Tipp, so irgendwie. Auf der Map. Laber. Okay, dann weiß ich auf jeden Fall, wo du bist. Okay. Okay, ich glaube... Nee, nee. Oh Mann, ist das miese, Alter. Wenn die anderen Ziege einfach unfähig sind, man findet keinen. Ach, the fuck! Ah, du bist... Was ist da los? Ich sag doch, ich hab so ein schlechtes Versteck. Ich denk so, hä, was steht der da rum? Was da los? Ja, das ist ja... Mann. Das ist so... Ich bin da hochgelaufen und auf einmal konnte ich nicht mehr runter, weil da so komische Holt, äh, Kompelsdown-Blocks waren. Das ist wirklich leid für dich, ne? Ja, das glaub ich dir jetzt auch. Ja, wirklich. Also, sorry. Da könnten dann noch welche sein. Immer im Wasser gucken. Im Wasser sind auf jeden Fall immer welche irgendwo. Ja, ich bin grad eh ins Wasser gefallen. Guck, da ist zum Beispiel ein Amboss, der wegschwimmt. Was? Das sieht einfach so behindert aus, wenn diese Blöcke da so am rumglitschen sind. Wenn die so am hoch- und hinten runterhüpfen sind. Diese Mongos. Pass auf, ich geh jetzt über Land und töte den Amboss. Nein. 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 Läuft der Amboss vor dir weg? Ja. Und der andere hat ihn jetzt getötet. Ja, geil. Geil, ich feier dich. Ah, ich hab... Ich hab... You gain 20 points for killing Bastian Nights. Du bist ein richtiger Serienmörder. Ich sag's dir. Richtig kranker Typ. Boah, hier können wir auch richtig gut reingehen. So oder so. Ja, es gibt... Im Wasser gibt's so... 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 Äh, kleine Kanalsäulen irgendwie. Alter, hier rein. So als... Oh, das wär heftig. Das mach ich demnächst mal irgendwann. Als was denn? Keine Ahnung. Nee, sag ich nicht. Na? Okay. Find ich dich. Boah, dieses Geräusch ist ja so ätzend, ne? Ich möcht das auch nochmal hören. Das fuckt ja mal mega ab. Kann ich meine Rüste eigentlich auch... Nee, kann ich nicht. Ah, jetzt kommt dieses Geräusch schon wieder. Hörst du das eigentlich auch, wenn ich das mache? M-m. Schade. Hier fehlt ein Block vom Bett. Alter, mittlerweile kommt's echt immer. Haha, ich hab dich vorhin getötet. Mich? I hate British Accent. Achso. Nein, also da kam so ein Typ gerade zu mir und so. Den hab ich auch vorhin getötet. Ey, hier fehlt einfach mal so ein Block. Ja, da kann man sich halt gut verstecken als Amboss zum Beispiel, ne? Mhm. Und die Leute verstehen das Spiel irgendwie meistens gar nicht. Hör ich das Gefühl. Ja, ich spiel's doch grad zum ersten Mal, wenn du mich meinst, du homo. Ja, nein, bei dir läuft. Bei dir läuft immer. Bei mir läuft richtig, ne? Ist auf jeden Fall ein richtiger Pro-Gamer. Du bist auch ein richtiger Pro, was du hier grad machst, ey. Normal, ich will hier runter springen, irgendwie. Die starke Leistung, ey. Was ist eigentlich, wenn man sich hier oben versteckt? Guck mal, dann hörst du das Wasser doch eigentlich auf, wenn du fließt, oder? Hahaha, isst du? Boah, lass das gleich mal ausprobieren. Das probieren wir auf jeden Fall mal aus. Ja, ich weiß nicht, wann meine Mama das Fettigessen hat. Das Fetichessen? Boah, lecker Fetischkäse. Ich hasse auch Schafskäse wie die Pest, Alter. Das ist einfach mal mega ekelhaft. Ja, okay, das war's. Ist wieder mal vorbei. Pam! Da ist noch so ein Typ. Oh Mann, den hätte ich noch töten können. Zeit vorbei. Ja, dann lass uns mal ganz kurz ne Runde machen. Noch einen dran. Okay, dann sag an, wo. Hier, 71. 71! Ja, ich bin bei dir. Okay. Ich hoffe, ich werde diesmal einen Sperma-Block. Ich bin, ich bin drin. Du bist drin? Ich werde, ich werde richtig gern ein, 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 ein A-Block. Ein, ein, äh, Holz-Block. Ach, schon wieder Town Square. Sollen wir nicht mal ne andere Map suchen? Ich dachte, es gibt nur die Map. Ne, es gibt ne andere. Ne, lass nochmal die nehmen, weil dann, 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 dann hab ich Killer versteckt. Wenn ich der Block bin, wie ich denke. Hoffentlich wirst du ein Zaun oder so, weil du stellst dich dann irgendwie in die Mitte. Ich werde dich jetzt so ein, was kann mir denn Großes werden? Ein Gerst oder so, so ein Enderdrache. So ganz unauffällig. Der ist ja versteckt. Ja, okay, wenn ich dann irgendwo aufs Dach fliege. Oh, ich bin so ein Wooden Plank, Mann. Ich bin so ein kackter Zaun jetzt wirklich geworden. Der leckt mich doch am Arsch. Scheiße. Ja, toll. Wo soll ich denn jetzt hin als, als Wooden Plank? Ich geh jetzt hier einfach mal hier oben drauf. Ich geh jetzt wirklich auf diesen Scheiß, auf diesen Scheißbrunnen oben drauf. Mal gucken, ob das irgendwie geht. Das ist so dumm. Nein, das hat wirklich funktioniert. Und hört das Wasser jetzt auf, oder was? Nein, das Wasser hört nicht auf, aber ich steh hier oben einfach so als Zaun drauf. Ich werde das finden einfach mal nie. Alter, ich hab ein Versteck. Okay, okay. Ich glaub, das ist gut. Das ist zwar im Wasser, aber ich glaub, hier findet mich keiner. Ah, bist du unten in dieser Röhre drinne? In diesem Loch? Ja. Ja, das ist mega. Da gucken die wenigsten rein. Ich kann von meinem Versteck aus die ganze Map überblicken. Und er sieht mich einfach mal gar nicht. Sehr dämlich, ist Heiker. Ich hab erst gedacht, wenn ich so ein Concrafter, warum restartest du die Server? Ja, warum machst du sowas? Was soll das? Sorry. Tut mir leid. Ja, weil... Tut mir echt leid. Weil? Ah! Fuck! Oh, oh. Ich war ein Meer tot. Ich war ein Meer tot. Oder? Ah, nein, nicht. Ich bin nicht tot. Du bist ein Zaun, der wegrennt. Bestimmt. Ja. Im Wasser. Jetzt kommt zu mir. Ich verrate dich dann, okay? Ja. Sitting on the toilet. Lockblock, come back. Boah, wenn ich Lockblock gewesen wäre, ich wäre dieses eine Loch da gegangen, wo außenrum diese ganzen anderen Lockblocks so weggehen. Was bist du? Bist du so ein Lockblock oder ein Holzblock? So eine Plank. Oh, meine Mama hat jetzt Essen fertig. Ich schreibe dir mal, ich komme in drei Minuten. Ne, vier. Was geht ab, Luca? Alter, verpiss dich. Verpiss dich mal. Nö. Extra nicht. Geh mal weg. Dann kommst du nicht hier raus. Nein. So, jetzt kommst du nicht mehr hier raus. Das hatte ich nämlich eben auch. Das ist so richtig abgefuckt. Alter. Das ist echt frech. Komm. Das ist noch ein anderer Block. Wir gucken es jetzt gegenseitig an. Okay, ganz romantisch. Cool, hi. Hallo. Ich glaube, ich habe mich in eine Zaun verliebt. Ah, ich liebe dich, Holzblock. Deine Kurven, sie sind so eckig. Ich würde gerne mit dir erotisches Spielchen treiben. Ich komme mal ein Stückchen näher zu dir. Hm, hallo. Alter, da kommt noch so ein anderer. Ich glaube, der will auch noch mitmachen. Oh, jo. Einen ekelhaften Holzdreier schieben. Was da los? Was ist er denn für einer? Das ist noch ein verkrüppelter Holzblock irgendwie. Was ist der denn? Der stimmt gerade wieder hoch. Der backt da ein bisschen rum. Jetzt werden wir das gewinnen. Über uns ist der Seeker. Über uns ist genau der Seeker. Der ist genau über mir. Alter, als ob. Komm runter, du Kotnascher. Du Kotnascher. Oh, er hat mich gesehen. Oh, fuck. Schnell, verstecken. Darf ich in dich reinkriechen? Ja, kannst du machen. Ich sehe gar keinen Seeker gerade. Der ist jetzt so über die Brücke gelaufen. Der hat mich nicht gesehen. Irgendwie sind die, es gibt doch einfach mal Seeker. Die sind komplett, äh, unfähig. Hier in Verbrannt. Ja, wirklich. Die laufen einfach durch die Map und hauen einfach hier einen Block. Aber die Blöcke, die auffällig irgendwo stehen, die gucken sie einfach nur an und urinieren da drauf oder sowas. Ich weiß nicht, was die machen, die Leute. Also es gibt auf jeden Fall. Bei denen läuft. Ziemlich viele Affen, die sowas spielen. Hehe. Affen. Hä? Ich will irgendwie weglaufen und den Stret schieben. Ja, komm, lass mal ein bisschen Randale schieben jetzt. Ja, los, lauf weg. Lass mal, ja, du bleibst da hinten drin. Ich sehe das schon. Lauf vor und du bleibst da unten. Ja, ich weiß. Das war auch mein Plan. Das ist ein A-A. Ne, ich gehe jetzt. Ich mache jetzt Ärger. Stress im Rudel. Mach das. Gute Wind nur. Blö. So, und wenn ich tot bin, dann komme ich direkt und töte dich. Nein, das ist auch wieder doof. Ah! Ich habe einfach mal einen Sieg ganz Wasser geboxt. Alter, da ist Brot-Potur. Und der sieht mich einfach mal nicht. Ich töte den. Der siehst du mich hinterher schwimmen? Ja. Komm her, du Lappen. Oh, der tötet mich. Ich komme am besten schnell zu dir, ja? Oh, Luca, du bist so auffällig da unten. Das ist so auffällig. Sorry. Ich finde mich gut. Verschwinde! Ist das echt so auffällig, dann gehe ich wieder meine Lücke da. Dann gehe ich wieder in deine Höhle rein. Okay. Das ist kein Loch. Scheiße, man. Da hinten ist auch wieder so ein verfickter Seeker. Hätte ich Optifine, könnte ich ranzoomen. Ich lasse den jetzt hier nicht hoch. Pass auf. Das sah einfach gerade so behindert aus. Er schwimmt so ein... Nein, der hat mich getötet. Er schwimmt so ein verfickter Zaun im anderen hinterher. Dann schwimmt dieser Typ im Zaun hinterher. Jetzt lass mich aber am Leben, Alter. Sonst wäre echt kacke. Normalerweise. Ich mache nur ein bisschen vor dir. Ich tanze vor dir ein bisschen, okay? Junge, verpiss dich. Will, hier du kommst. Regi, verpiss dich. Da kommt schon ein anderer. Wie meint, mir hackt 1E. Ja, 1E. 1E, okay. Krograff, da ist ein AA-Block. Schon mal vor, irgendwann gibt es so einen scheiß Block in Minecraft. Boah, das wäre krass. So, 38 Sekunden. Lass mich jetzt einmal ein Spiel gewinnen, Alter. Das wäre echt nett. Normal. Aber ich komme jetzt noch bei dir vorbei und gucke dich ganz kurz an, okay? Vielleicht kann ich dir sogar mein Diamantschwert geben. Boah, das wäre krass. Nicht beleidigen, schreibt Grease Checker. Tut mir leid. Damit meint er dich. AA-Block. Nein, ich bin ein Hacker zugeschrieben. Das ist voll beleidigend. Das hat mich auch ein bisschen getroffen. Ich bin einsam, du bist einsam. Darf ich dich einsam? Verpiss dich. Verpiss dich. Was geht ab? Was geht ab, Luca? Was geht ab? Was geht? Was geht ab? Hey. Schst. Schst. Lass es. Schst. Hey, wie? Schst. Schst. Hast noch gewonnen. Will dich töten. Hi. Hi. Ah, YOLO. Ja. Oh mein Gott, ich habe ein Spiel gewonnen. Das versteckt nämlich jetzt immer. Na gut, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne einen Daumen hoch geben. Wenn ihr mehr wollt, könnt ihr es auch einfach in die Kommentare schreiben. Rewindelplus in den Kommentaren. In den Kommentaren? Ich bin in den Kommentaren. Ja, in den Kommentaren, ja. Okay, tschüss. In der Beschreibung. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich gehe jetzt fressen. Ciao.